Halli, hallo, hallö, schön, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu TTT, TTT, mit dem Kevin, dem D-Lock-Paul und dem Tobi. Der Traitor. Ja, wie immer. Und ich bin nicht dabei. Der T-T-T, der Traitor, Tobi. Genau. Hä? Warum hat denn die Waffe geschossen, obwohl die auf dem Tisch lag? Das war ja mir gerade eben auch, die andere hat angefangen zu tanzen. Okay. So, dann würde ich mal behaupten, Tobi ist Traitor. Entschuldigung. Ist wohl nur der Traitor. Oh nein. Nein. Wer ist, also, äh, ich hab doch noch nicht mal ne Waffe, Leute. Ich denke dran auf F. Habt ihr Taschenlampe. Und wenn euch der Traitor sieht, habt ihr ein Problem. Da ist ein Kevin. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Alter, das ist so creepy. Ich glaube, ich werde gleich schreien wie ein kleines Kind. Hallo. Hallo. Okay. Tobi? Äh, Tobi. Ja, Tobi ist noch da. Äh, 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 wie heißt er denn jetzt? Paul? Paul? Er will. Ja. Okay. Okay, ich bin da, ich bin da. Hä? Warum kann ich denn... Achso. Ich bin ja verstehen geblieben gerade. Warte mal, wer ist, also, ähm... Oder er sagt einfach nichts, kann auch sein. Das, glaube ich, er. Mhm. Das war jetzt für dich ein gefundenes Fressen, war Kevin? Ja, natürlich. Dass ich das gesagt habe, oder? Ja, na klar. Ja, na klar. Äh, Tobi? Kevin? Tobi? Ich weiß auch nicht. Tobi ist einfach mal so ruhig. Tobi ist die ganze Zeit ruhig. Da ist sie auch die ganze Zeit. Der hat den Mund voll. Ich finde aber auch keinen von euch. Ich auch nicht. Hä? Ach, ich laufe im Kreis, deswegen. Tobi? Der kann ja auch nicht mehr helfen. Hahaha, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Scheiße. Boah, die Wuppe ist echt groß. Ja. Ich hab nämlich schmitzige Hände gerade. Fuck. Hä? Also, also... Okay, ich bleib bei... Ich bleib bei... Ich bleib bei schrönen. Wie eine Weihnachtsgans. Ganz ehrlich. Weißt du, Baustellknopf, aber ich schieß da von mitten im Kopf. Voll ins Gesicht. Also das... Also die... Die Waffen schießen aber nicht so geil wie bei Counter-Strike hier, ne? Du hast aber mir 54 abgezogen, auf jeden Fall. Äh, mir 54 habe ich noch. Wo hast du Tobi hingesperrt? Hä? Tobi hat aber auch abgeknallt. Ich hab Tobi das gar nicht gerafft, weil er ja sowieso nie was sagt. Ach so, der hat gerade ein Fahrrad. Tobi hat ein Fahrrad übernommen, deswegen. Ach so. Ah, hallo. Hallo, Fahrrad. Sie sehen auf der Map. Ich wollte eigentlich Tobi auch mit einem Boomerang töten, hab dann aber irgendwie nicht die Waffe richtig gewechselt gehabt. Das war ein bisschen... Hä? Ich dachte jetzt so, zuerst du schießt jetzt auf Kevin, oder ist das ernsthaft? Nee, dann so, boah, jetzt schießt auf mich der Hund. Nee, vor allem als das Lied ausging. Das blöd ist, wenn irgendjemand auf mich anfängt zu schießen, dann gess ich immer irgendwas zu sagen. Ich kenne schon mal den so einen Lied. Ja, super. Du vergisst irgendwas zu sagen und Onkel vergisst zu reagieren. Hä? Tobi, 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 Tobi. Okay. Okay. Alter, aber ist das mit dem kaputt? Kevin? Ja? Tobi muss sterben. Klaue auch. Alter, warum ist das denn sterben? Oder Onkel hat das einfach nur gesagt und rennt jetzt irgendwo rum. Ah, Kevin, hi. Oh, Gott, das schreckt mich nicht so. Ja. Entweder bin ich gleich tot. Hä? Kevin? Ja? Ja, ich lebe noch. Ja? Gut, weil ich nicht mehr weiß, wo du bist. Ich bin auch weggelaufen. Warum? Hast du Angst vor mir? Nee, weil ich befürchte, dass sonst wie so ein Schaf angeflogen kommt oder irgendwas. Nee, das kann nur ich. Ich habe nur das Gefühl, als wenn ich hier die ganze Zeit im Kreis laufe. Oh, Gott, die Map, ey. Das ist voll creepy hier. Das Pferd, was da oben rumliegt. Das ist glaube ich eine Statue. Warum? Ich habe immer... Die eigenen Schritte, die hallen immer so. Dann hast du immer das Gefühl, es rennt eigentlich wieder her. Vor allem, dass du auf den Maps teilweise auch immer stückchenweise ins... ins... ins Dunkel guckst, ne? Allodid found the body of Onkel? Äh, Kevin? Ich hab's gesehen. Kevin? Ähm. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hier liegt nämlich... Hier liegt ein Boombody. Ah, super. Ich wollte ihn gerade identifizieren. Dann ist mir eingefallen, dass ja gerade schon der Tobi seinen eigenen... Identifiziert hat. Genau. Kevin, wo bist du? Ich möchte wenigstens wissen, wo du bist. Sonst schließe ich gleich auf alles, was sich bewegt. Was? Ah, super. Oh Gott, ist das gruselig, ey. Na, vor allem habe ich das Gefühl, wenn ich die Map noch richtig in Erinnerung habe, gibt es jetzt so ein paar richtig asoziale Traitor fallen. Boah, fallen die Musik dazu, ne? Dieses Boom. Okay, hier war irgendwas in der Nähe. Oh Gott. Läuft der Idiot auch noch neben mich? Nein! Boah, ich glaube, das Ding kann man leider nur einmal benutzen, zum Dunkeln machen. Boah, ich fahre da genau in der Nähe, glaube ich. Weißt du, oder? Boah, mein Gott, ich dachte jetzt so, oh Gott, du schließt, okay, du hast da, was schließt du denn nicht? Ich hab mir so gedacht, hey, ist das jetzt mein eigenes, ist das die Leiche von Ockel, das ist der Boom-Buddy von mir. Warum identifizierst du das ein? Wenn ich da eh drauf mache, wird der automatisch identifiziert, oder was? Ja, und dann wird das oben angezeigt, dann können das alle sehen. Ach, Mann, ey. Kommt er da rein und... Eigentlich hab ich... Ich hab voll aufs Licht geschossen, aber ich hab ihn nicht getroffen. Hatte ich dich überhaupt getroffen, Tobi? Ja, du hast mir, glaube ich, 26 Schaden oder so gemacht. Ach, scheiß, M14... M16, ey. Na, ich sag mal, schießt hier nicht so schön, wie beim richtigen Counter-Strike. Also, aimt hier nicht so schön. Ah, das ist echt schwierig, im Dunkeln überhaupt erst mal... Ja, weil ich... War jetzt da nicht die Map, wo es da so ein paar richtig harte Traitor-Fallen gibt? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier gibt's bloß die eine, ne? Ich weiß es nicht. Ne, ne, hier muss es noch mehr geben. Ne, hier gibt's nur eine Traitor-Falle. Achso, das ist Licht. Ja, das ist das Licht. Schade. Aber allein schon, dass du immer so... nur ins Dunkle guckst, dann so ein bisschen weiter weg, ne, ist schon... nicht schlecht eigentlich. Da kannst du dich immer ganz gut, wenn du weit genug weg bist, ähm... Ja, relativ gut verstecken, weil du ja immer ins Dunkle reinglotzen musst. Ich find's so ein bisschen... Also, es ist echt böse. Das... Oh, das macht... Die hat irgendwie einen Reiz, ne? Ja. Vor allem durch diese ganzen Verwinklungen, ey. Du kannst gar nicht überall hingucken so schnell. Ah. Wo bist du denn? Verpiss dich. Hallo, Paul! Hallo, Paul! Lass dich drücken, ey! Ah, Paul! Oh Gott. Okay, Paul ist es definitiv... Paul, bitte bleib... Da ist Kevin. Äh, da ist Tobi. Tobi. Tobi ist es? Tobi ist hier. Tobi ist hier. Tobi? Nein, das ist es Kevin. Kevin ist es, weil... Kevin ist da. Wo ist denn überhaupt die Trailer-Falle? Wo ist die? Das ist so ein Stromkasten. Ja, aber wo? Warum? Wir müssen Kevin suchen. Jetzt hör doch mal auf. Um einander rum. Warum ich? Ja, weil du der Einzige bist, der nicht hier in der Nähe war. Und hier ist kein Stromkasten, oder? Der Onkel ist es dann vielleicht. Hä? Doch, hier ist ein Stromkasten. Ich find's nicht. Hallo? Scheiße, das ist wirklich nicht. Das ist Tobi. Der Paul. Der Tobi, was? Das war jetzt in Sinn, dass es rumgepolstert, Mann. Ja. Boah, mit 1 HP, ey. Mach die mehr Paranoie. Boah. Ich hab mir jetzt echt gedacht. Ich hab ja diesen... Ich weiß doch nicht, wo den... Ich dachte mir die ganze Runde so, wenn irgendeiner den anderen sieht, muss ich dieses Ding zünden. Und genau in dem Moment, wo ich das sag, kriege ich den Button und drück einfach drauf. Boah, ich dachte die ganze Zeit, den Stromkasten hast du nie gesehen. Aber dabei bin ich einfach bloß mit dem Rücken zu dem gestanden. Natürlich, mit Glas. Ja. Okay, das war wieder... Aber das war ja aber wieder richtig klasse. Mit dem Gullideckel, ne? Wo wir da zu dritt stehen und ich mach mal den Gullideckel auf. Haben die auch keiner für erschossen. Ja, der Onkel wackelt bei dir hier die... Oder wer sind das? Doch, Onkel wackelt bei dir hier die Waffe auch. Ja. Also bei mir wackelt dein R-Rohr. Das ist dieses Scharfschützengewehr. Das kann man vielleicht auch mal ausnehmen. Höh! Ach. Ach, ich hab die ganze Zeit diese Scheiße. Wenn ich krieg dann auch irgendwas die Map-Updates eingepasst hat. Oh, wer ist denn jetzt hier schon wieder Traitor? Nimm jede Runde jemand anderes. Kommt Weihnacht und Knebel? Ja, natürlich. Außerich! Außerich! Kommt Tobi. Der Tippen-Knebel. Der Kraut durch Spät durch Kraut und Rüben. Es ist der Tobi, der will nach Rüben. Ich krieg Katze. Ich krieg eine Katze. Der Baul, der Baul, der Baul. Ach nein. Boah, Alter. Warte mal. Der Baul hat grad ganz komisch nach rechts geguckt. Alter. Ich glaub, der Baul ist es. Ja. Natürlich. Alter, Baul ist ein Heiliger Hund. Ich weiß immer noch nicht, wo ihr davon redet, wo diese hässliche Traitor-Walle sein soll. Weil ich immer noch innocent bin. Mhm. Ich krieg langsam Krätze. Weil ich immer noch innocent bin, ja. Ich glaube, der Onkel ist es. Wie jedes Mal. Okay. Ja. Ich lauf die ganze Zeit mit Paul hinterher. Paul. Paul, 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 Paul. Ich wollte nur das, falls er schießt. Onkel, 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 Onkel. Was? Paul. Warum? Paul, Paul, Paul. Pass auf, Kevin ist hinter mir, wenn du mich jetzt erschießt. Ja, wenn ich dich jetzt erschieße, erschieße mich Kevin. Ich glaub, ich bin, ich bin ja eigentlich zu... Er schießt mich Kevin auch noch mit. Ich bin zu 99% sicher, dass es Paul ist. Ich will zu sprinten, weißt du. Bevor das Licht ausging, hat er sich nämlich ganz komisch nach rechts gedreht. Aha. Und deswegen, ich glaub, das ist Paul. Siehste? Da ist er, die Drecksau. Ah! Ich hab's gewusst. Also ich hab gedacht, du kannst dich zielen. Aber das war dieser... Das war wieder dieser Moment, wo du schon wusstest, wie du erschießt. Aber warum hast du jetzt geschossen? Und warum hast du den Bumerang nicht genommen? Ah! Weil der Bumerang liegt nämlich hier rum. Ja, was ist denn der Bumerang, man? Der zieht sich eigentlich in den Bumerang. Und dann? Tobi ist es, Tobi ist es, Tobi ist es! Ja, auf jeden Fall. In dem Bumerang ist natürlich nicht so... Man kann ihn wirklich gefahrlos identifizieren, ne? Aber das nur, weil ich den die ganze Zeit benutzt hab. Ja, aber du bist der Einzelste, der den benutzt irgendwie so. Ne, ich hab den ja auch benutzt, Jordan. Ich hab aber Tobi auch schon mit... Was ist doch? Tobi auch schon getötet? Ne, du hast mich nicht damit geholt. Du hast auch gerne damit, glaub ich, geholt. Stimmt, irgendwann hab ich damit geholt. Ganz am Anfang, ja, ja. Da war ich, bin ich da. Aber das war noch in unserer Testrunde. Achso. In unserer Testrunde, da hab ich das auch gehört. Wenn er steht! Als wenn er kacken muss. Hm? Okay, unk. Mhm. Und da kommt die anderen beiden Vögel? Wupp, 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 wupp. Eine neue Waffe, die Strohflänze ist scheiße. Rudelbumsen mit Abklatschen. Ja, ja, ja. Was? Ich sag mit Anklanschen. Anklanschen. Ich wollt anklatschen sagen und hab dann irgendwie, weiß ich nicht. Du machst aber was ganz Neues drausgebracht. Was? Ich find keine, warum find ich denn... Ja. Warum, ich bleib so ab und an sich einleitig stehen? Tobi, warum bist du hört? Warum bist du hört? Ich bin nicht stehen geblieben. Warum bist du verletzt? Weil ich hab den Würchen hier die ganze Zeit gepiepst. Warum bist du verletzt? Ich find, du hast irgendwas durchgelaufen und es hat gepiepst. Ja, ja. Das war irgendeiner von den beiden Vögeln da. Ja. Irgendein Vollidiot hat da hinten eine Granate hingeworfen. Die brennt. Ja, und die hat den beiden geblieben. Ja. Da siehst du auch, wenn er vorne... Fahrrad. Warum hat Kevin... Achso, und du dann... Fahrrad. Kevin, Fahrrad fahren. Kevin, Fahrrad fahren. Nein, die will nicht. Kevin, Fahrrad fahren. Kevin, Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Kevin, Fahrrad fahren. Kevin, äh, Kevin, Fahrrad fahren. Kevin. Jetzt wird er gleich die Hutbombe brauchen. Kevin, Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, aber da war ich noch nicht. Okay, pass auf, machen wir es anders. Kevin Mitch, Mitch, Kevin Mitch. Ich bin nicht Kevin, du Idiot. Ach, das ist ja Paul, hä, ich war doch die ganze Zeit hinter Kevin. Kevin Mitch. Hä, ich war doch die ganze Zeit hinter Kevin. Hallo Kevin. Kevin. Was soll ich mit der Welt, wenn ich die Huh haben kann? Kevin, Fahrrad fahren. Kevin, Fahrrad fahren. Kevin rennt dann durch mit seinem Fahrrad wie so ein Bullen. Ja, wie so ein Bullen, wie so... Oh, ja, genau. Bringt wieder alles zum Brennen. Äh. Welcher Hund war das denn schon wieder? Onkel, du Rand. Ja, ich schraube die ganze Zeit die ganzen Granaten aus meinem Inventraum. Hä? Hä, was ist jetzt passiert? Ha, 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 Paul. Paul? Ja? Wie hast du das jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich für eine, was ich für eine Waffe genommen habe. Ich glaube, ich sollte sie nie wieder nehmen. Oder ich habe... Okay, ich würde nach vermuten Onkel an seiner Tage. Ich, ich würde nur was wahrscheinlich... Ich habe gefurzt, Entschuldigung. Es ist möglich, ich weiß es nicht genau. Da stand irgendwas mit Man-Hack. Hat da was weggeworfen und es explodiert. Hochdruck. Die Man-Hacks sind aber eigentlich... Hochdruck im Darmbereich. Die Man-Hacks sind ja eigentlich diese Roboter, die dich hier angreifen, diese fliegenden. Die Kalt-Schlacht immer mal schlacht. Ach so, das heißt, ich wurde von den Roboter dann weggeflanscht. Normalerweise dauert das eine Minute, bis die kommen. Keine Ahnung, ich war instant weggeflanscht. Okay. Das fand ich ja so komisch. Ich habe diese Man-Hack genommen, dann hat er irgendwas nach vorne geworfen. Und mit dem Mal war ich tot. Weil ich geradeaus weitergelaufen bin. Oder hast du Rechtsklick gemacht damit? Nee, eigentlich nicht. Das verstehe ich jetzt aber auch noch. Das gibt es doch gar nicht. Nee, deswegen. Das war ja das, was mich so irritiert hat, wie ich einfach so instant tot sein kann. Ansonsten wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber als Unschuldiger ist die Map ganz schön langweilig. Ja, das kommt doch an, wenn man jetzt hier so im Dunkeln muss man schon mal so, wo... Aber wo seid ihr denn? Weg. Weg. Ah! Ah! Ah, Kevin, Mann! Komm, ich bleib jetzt bei dir. Nein. Doch. Na, 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 na. Guckuck. Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Was ist das? Pritzel? Na, Trauchgranate. Oh-oh. Okay, Onkel könnte es ja eigentlich nicht gewesen sein. Ich bin hier, oder? Alles gut, Kevin. Ich glaube, wir bleiben mal zusammen. Ähm, Tobi? Ja. Okay. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, äh, Paul? 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 Der würde jetzt nicht antworten. Oh, das ist Tobi und hat Paul getötet. Also. Also wir beide sind safe. Definitiv. Weil wir beide waren zusammen. Ja, dann müssen wir jetzt noch die Leiche finden. Okay. Tobi rennt hinterm. Ich such die Leiche, ich bewacht Tobi. Der hat nur noch pro Paul niedergemäht. Und jetzt bin ich bestimmt auch gleich dran. Oder Paul rennt rum. Aber wenn wir Paul sehen können, würde ich Paul einfach erschießen. Auf jeden Fall. Na, er zielt aber auch so ganz komisch auf mich. Obwohl er ja weiß, dass ich kein Traitor bin. Woher soll ich das denn wissen? Weil ich mit Kevin zusammen war. Das stimmt. Die ganze Zeit. Ja und? Hä? Wie, ja und? Wo war denn das scheiß Ding? Was? Mal C3, war das hier? Nee, ist das auch nicht. Ich guck gerade, ähm, wo auch die, die die Pfeil drauf war. Tobi, geh mal bitte vor mich. Ich möchte nicht, dass du vorhin hinter mir lebst. Es kann ja entweder nur Tobi jetzt gewesen sein oder Paul lebt noch. Es hat ein Radar oder sowas. Ich glaube, ich renne im Kreis. Nee, Tobi hätte mich jetzt schon tausendmal erscheißen können. Erscheißen können. Naja, vielleicht wartet er auch. Aber Tobi, nee, geh weg. Manu. Was war los? Was? Nix. Tobi? Ja. So, ich hab Tobi abgehangen. Tobi? Ja, der ist bei mir jetzt. Den? Ja, der rennt einem immer ganz guckig. Aber, aber wo ist Kevin? Äh, wo ist, wo ist, mein Gott, wo ist Paul? Ja, oder die Leiche zumindest. Wo ist Paul? Paul, wo bist du? Paul. Also, verdächtig wären natürlich auch Blutflecken. Warte, hier liegt was. Aber ich weiß nicht, ob das ein Buben-Buddy ist. Tobi, komm mal her. Der lag aber feuerbar nicht hier. Wo, wo, wo seid ihr, wo seid ihr? Kellergewölbe. Hier, hier, guck mal, da. Ich versuche, euch zu finden. Aber da liegt er auch so ein bisschen. Weil ich opfer mich gar nicht. Aber hier ist, warte mal, warte mal. Ganz einfache Kiste, hier ist gar kein Blut. Boah, Tobi ist es. Wo hat er die Leiche hinverstaut? Der hat mich einfach über einen Haufen genagt. Dreck sauer, weil ich nicht gesagt hatte. Alter, ich hab eigentlich nur drauf gewartet, dass ich euch irgendwie zu dem Ding locken kann und einer von euch draufdrückt. Und dann liegt Kevin das Ding und so, oh, Tobi, komm mal her. Er war so, alter Mann, bitte nicht. Und dann dachte ich so, oh, geil, die MG, damit kannst du einen lockerer umnehmen. Ja, am Arsch. Ich stand direkt vor dir und hab 20 Schüsse daneben geballert. Oh, ich hab noch 14 HP, hab ich noch gehabt. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der nächsten Map, im nächsten Part. Bis dann und auch im Map und so. Tschüss. Jo. Ciao, tschüss.